gut damit herzlich willkommen zurück bei anno 14 04 ich habe gerade am ende der letzten folge noch diese weizenfarben gebaut und in der zwischenzeit einfach die drei felder darum angelegt und ich weiß nicht genau was wir hier in den zwischenraum machen kann ich noch gar nicht so genau sagen müssen wir einfach mal schauen und jetzt wird auf jeden fall noch mal mehr weizen produziert brot ist voll mehr lagerkapazität haben wir nicht natürlich doof also baue ich immer das kontor aus kann man nämlich 60 tonner kapazität und während da oben weiter produziert wird kümmern wir uns hier in ashgabat um wasser und dann um gewürze jawohl schiffsbau abgeschlossen das klingt gut ich glaube wir fangen mal hier an so wie war das so 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 dann könnte hier noch weil gewürze neben gucken wir mal ob das hinterher so hinkommt zwei mehr müssten im moment eigentlich reichen wir können sicherheitshalber noch eine dritte gewürzfarm bauen gewürzfarm gewürzfarm okay auch hier an die enden und den rest füllen hinterher auf der weise nämlich nicht mehr das sieht mir eben noch nicht ganz richtig aus was ich hier gerade mache hier zwischendrin haben wir nämlich jetzt nicht mehr genug platz ne ja ist nämlich ein platz zu wenig und das ist das problem wo ist der platz hin ist das so beabsichtigt ich meine nicht irgendwie konnte man die so bauen dass die ohne leer ohne leeren platz da sind 123 so und der auch nicht meine ist jetzt nicht so wichtig nun und kümmer da auch irgendwas anderes anbauen man muss ja nicht dass die wieso immer hundertprozentig in sollen eck reinkriegen wenn es auch hier theoretisch an die milch anbauen zum beispiel hat man da immer auch noch einen platz zwischen oder einfach noch mehr datteln keine ahnung auch die haben da natürlich ein platz ist aber auch gleichgültig eigentlich gut wir sind mittlerweile weiß gar nicht bei welcher folge auf jeden fall wir haben hier unten noch nicht mal teppich und nix sagt man muss natürlich auch noch drum auch daran soll es den leuten nicht mangeln mal eventuell produzieren wir hier schon mal weiter datteln können wir nicht haben nicht genügend holz macht nichts ist da was produzieren wir als holz auch das ist natürlich selten dämlich gewesen so ist besser hier brauchen wir immer noch ein bisschen holz aber nicht nur das hier brauchen wir auch noch mal ne werkzeuge brauchen wir nicht zwei brauchen wir für eine weizenfarm zwei münchen noch bauen fünf haben war was machen wir den weg mal einen länger können wir ruhig so machen in ihrer siedlung fehlt es an gemeinschaft wo auch da oh ja tschuldigung ich habe natürlich die querstraße vergessen entschuldigt mich hier ist auch schon einer komplett ausgezogen ist eine komplette verfallene nomadenhütte mensch 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 das ist doch vorher im orient fuß zu fassen ach leute mann 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 ich kann mal eben gucken verkauft er zufällig gerade natürlich nicht natürlich nicht das saatgut für seide wäre natürlich jetzt nicht schlecht sagt gut für seide bräuchten wir nämlich noch problem ist er verkauft es nicht und wir können in fünf minuten wieder einmal ja alles durch wechseln müssen wir halt abwarten okay mit der weiten reise können wir mal eine weite reise antreten und ein bisschen was verkaufen so ein paar steine ein paar werkzeuge waren wir mal was wünsche ich viel wichtig gerade habe ich zu helena und verkaufen wir mal ein paar sachen gut hier haben wir jetzt in 36 normalen hütten das heißt insgesamt 540 leute das heißt wir können nachher wir haben schon genügend wir müssen noch das ansehen natürlich erhöhen ja 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 vollkommen vergessen müssen natürlich das ansehen erhöhen um hier die nächste stufe freizuschalten dafür brauchen wir 100 sagt dafür können wir zwischen 100 eine große geschenkungs urkunde kaufen problem ist wir haben nicht genügend das ist unser einziges problem ihre siedlung wächst und wächst ja das hat sie dann allerdings erledigt so werden noch ein neues schiff wir haben noch irgendwo scheint es mit eurer siedlung gut zu meinen wenn man sieht sie hat hier vier lade räume ein normales handelsschiff hat nur drei gut dann können wir doch mit der aufnehmen mal ein paar waren mit mal handeln ich weiß mal noch mal ein mitspieler lösen ihr handelsabkommen einfach mal ein paar sachen rüber schmeißen so fahren wir damit mal nach kaisershafen und kaufen dann die schenkungs urkunde hier kommt noch mal weizen hin bauen wir nach da einfach hin oder das passt doch ganz gut wenn man dann hier drin ein bisschen der raum das ist eigentlich unpraktisch aber wer weiß wer weiß wofür es gut ist hätte man natürlich alles anders lösen können indem man die kloster baureihen nach hier drinnen setzen passen doch zwei nebeneinander ja passen würden die zwei nebeneinander passen neuer ich handel gern mit dir ja ist so schön so was schönes verkaufen nein scheiße entschuldigung verständlichsten dank dank sei gott dem herrn aufpassen wir müssen mal eben abbiegen möwe kleiner kleine kurzänderung wir brauchen nämlich werkzeuge dringend und dann können wir nämlich gleich die weiten farben einen nach hirn verlegen seht ihr beziehungsweise einen in die richtung versetzen machen wir mal eben warum geht das jetzt nicht naja egal gut jetzt passt das wieder nicht wenn wir brauchen aber nur holz und das kommt ja hoffentlich bald oder auch nicht doch ich mach mir immer kurz einfach kurz abwarten hehehe jawoll da ist es das ist natürlich doof das bereich ist der tatsch nicht aus eine insel wurde von einem mitspieler besiedelt naja da fahren wir ja noch platz vier in der mitte ist ihm jetzt gerade egal seid so gut und packt mit an mein kind ein mitspieler ist in einer stadt zu mehr einfluss gelangt jetzt sagen wir eskortieren das schiff mal raus helft ihr hierbei warte noch einen moment ab kommt nur und seht ich schlage ich bekomme regeln kommt nur und seht ich schlage oh gott ich helfe euch gerne los ich schlage ein aua nicht zu feste bitte ok für das wertvolle nacht übrigens kriegen wir bier wie lautet der auftrag genau bruder hilarius und seine brüder haben wieder einmal eine große bier lieferung transportfähig gemacht da sie die qualität der ware weit da sich die qualität der ware weit herum gesprochen hat bieten die münche sie um geleitschutz dann nimmt doch einfach mal geleitcreme er war zu schlecht ich weiß bitte nicht lünchen in München ich nehme von dir was mir zusteht jetzt kannst du erzählen Hassan Ben Sahid hat dir ein Loch in die Geldbörse gebrannt naja die beiden kommen da gemeinsam an dann können wir das Schiffschirm auf die Reise schicken es wäre natürlich genau nach rechts hin weg hoppala ich wollte nur nach deinem wechseln ich werde natürlich genau in die falsche richtung wie angenehm dann würde ich sagen lassen wir mal weitere bürger aufsteigen zu patrizian wie viele können 17 sind das natürlich eine wunderbare zahl das sind acht na gut das hier unten wären 15 ihr kommt um eurer verbundenheit also fortwährenden bemühungen 17 waren fortwährenden bemühungen sollen mit dem diplomatischen rang gast der beduinen und wir sollten ehrenbeck nicht mehr anlaufen denn bei helena flores herrscht die pest äh nein das ist schlecht aber allerdings eigentlich mir auch egal so auf jeden fall 17 das hier werden 12 vielleicht mal erst nochmal die hier dann diese reihe müssen wir erstmal ein bisschen abwarten jetzt wieder auf neue ressourcen davon hier nähert sich ein feindliches Schiff und von da oben nochmal eins das spiel hat es echt drauf in den richtigen zeitpunkten das spiel zu speichern spiele gespeichert da zwei gegen einen müssen wir schaffen der andere kommt erst da oben müssen sie nicht ganz zum sinken bringen es reicht schon wenn es einfach genau so langsam wird gut du kannst dann erstmals durch meine gastfreundschaft wir machen das gleich mal folgendermaßen ich tausche mal die möwe gegen die britannik aus wenn das die möwe brot und bier transportiert wo ist denn das schiff hin bestimmt hier hinter dem nebel schiff da ja es war genau unter dem nebel gut auf jeden fall so dass die britannik dann später für den teppich transport zuständig gemacht werden kann du kannst erstmal alles ausladen hier und die möwe kümmert sich jetzt darum neues brot und so weiter an zu liefern und bier 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 noch können neun aufsteigen ok da habe ich schon eine kleine idee 1 2 3 4 neue gebäude stehen zum bau bereit du bist rum du bist rum und jetzt können wir auch den schuld turm bauen 1 2 3 ok schauen wir mal eben an aber für den schuldurm brauchen wir glas das heißt wir können ihn noch nicht bauen und er würde hier eh nicht reinpassen da habe ich mich also vom platz her verschätzt das war der größere turm passiert muss hier in ein haus weichen oder zwei häuser müssen dann weichen weil der schuldurm hat halt wie man hier sieht einen sehr sehr großen radius das heißt wenn wir den geschickt platzieren brauchen wir dafür lange zeit nämlich nur einen nach hierhin irgendwo aber gut da kümmern wir uns später drum gut hier müssten wir mittlerweile wieder genügend holz haben für ein weiteres weizen farm welt dingens oh nee ich hab nein ja gut ich hab mich verguckt brauchen wir wirklich genau so viel platz ja es wurde mir aufgetragen euch darum zu bestimmt erwartet ihr nun eine gegenleistung wenn ich ehrlich bin ja die forecast die erwarte ich nicht dort die das können noch knapp hinhauen hier verbraten wir leider gar ein bisschen platz ist aber glaube ich auch nicht allzu schlimm gar nicht sicher ich möchte die anschaue gut die haben nie genügend getreide um wirklich zu produzieren ich glaube wir können sogar noch mit kloser brauerei bauen aber wir wollen nicht über stürzen weil die zwölft ton bier produzieren reichen halt hinten und vorne nicht aus das ist halt das problem brot reicht gerade so aber das bier reicht nicht aus was ihr schlecht weil wir nun mal essentiell ist hier ist ein grund nahrungsmittel sie müssen in bayern lange zeit gewesen also von daher ihr seid hier immer gern gesehen man verkauft doch einfach mal das saatgut für seide bitte kann doch nicht angehen dass ich nicht weitermachen kann hier gut die daten sind im moment auch so wo ihr wisst einiges über die baukost des orients daten waren 5 müssen wir glaube ich leider so machen guck mal 1 weil ja passt nicht irgendwas habe ich hier falsch gemacht auch das wird nicht nicht verständlich ein rohstoff nach dem anderen machen was halt so hauptsache wir haben erstmal daten dann kann da der weg unter geführt werden ja und danach brauchen wir noch mal 200 ansehen für die haben wir aber sogar das können wir machen ihr seid mir herzlich gegrüßt ich muss 100 ausgeben für die dann glaube ich lieber zweimal die hunderter kommt und seid mein gast dann können wir nämlich quads zum beispiel abbauen und daraus dann glas machen beziehungsweise auch mosaik für eine moschee natürlich wollen die leute auch beten und da haben sie auch ihr gutes recht recht zu recht zu beten so lange hier aber noch nicht steht machen wir hier einfach mal dann platz hin wie doch schon ein bisschen schöner aus könnte man jetzt noch wenn man stein hätte hier dann punktvollen platz draus machen wir haben genügend sachen für schloss wir haben genügend patrizia jetzt natürlich das kommt auch noch mit dazu wir können sie auch schloss bauen und der schlossbau ist wirklich wunderschön denn wenn wir haben hier drüber weise na egal so dass der schlossbau wir haben hier den palast das hauptgebäude und wir können das sind nur vier gebäude von insgesamt glaube ich verschiedenen sie haben ein schiff erfolgreich eskortiert wunderbar und die teile kann man dann da halt halbwegs beliebig drumrum bauen hier diese links und rechts das ist jetzt bei schluss rechts vom schloss ist und als andock stelle für man sieht hier diese normalen wohnflügel das gebäude es gibt tore gibt später noch naja wie soll ich das sagen so kreuzgebäude wo man halt an allen vier ecken was dran bauen kann es gibt die offene durchgänge es gibt noch irgendwas aber noch mehr das soll als information reichen es gibt noch mehr mehr mit ihr alle können stolz sein auf das was wir hier geschafft haben oh ja das könnt ihr wobei moment wir können eigentlich mal mit büchern anfangen wir brauchen nur papier und indigo und papier benötigt holz und holz produzieren wir hier und indigo produzieren wir dann hier oder wir machen hier alles auf dieser insel das war praktisch hier auch mit papier mühle hinbauen hier und naja holz produzieren das ist eigentlich glaube ich die idee des tages idee non plus ultra sozusagen schon bin ich wieder für euch da so gut hier also indigo anbauen ja machen wir einfach oder was sagt er meine mutter gleich auf die antwort warten machen wir einfach ja 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 jetzt bin das zählen wieder an wie viel braucht man denn wohl indigo bewirtschaftet fünf felder ist also wahrscheinlich näherungsweise wie datteln ok seid ihr bereit für die gerechtigkeit 1 niemand kann euch zwingen ich muss eben gucken das schiff ist aber noch nicht wieder da ok aber das schiff ist angekommen ich hoffe wenn es weiter nichts ist womit ich behilflich sein kann nie im moment nicht die lange ein gutes geschäft gemacht 1 2 3 4 ein sandsturm fegt über ihre in scheibenkleister egal 14 in einrichtung also 28 mal 28 mal 14 so wie das ist genau unser ort hier das ist wirklich nichts gedeihen das ist wirklich nicht dann ich hoffe mal dass passt soweit und weil sie müssen das natürlich noch ein bisschen weitermachen spiel gespeichert äh nämlich mit noria beziehungsweise ich habe das jetzt eigentlich so geplant ich glaube die planung ist so und nach denen wieder eine noria und nach denen auch gewährt mir die ehre eurer unterstützung machen wir natürlich gerne zwei ihrer mitspieler schließen ein handelsabkommen das haben wir erledigt machen wir gleich den nächsten auftrag ihr verrichtet gottes werk also hier bietet sie um mit hilfe beim aufspüren einer verloren gegangenen schatulle mit wichtigen dokumenten da sie gut versiegelt war müsste der inhalt einige tage auf sie überlebt haben und das holen wir jetzt ab mit dem schiff fahren wir mal wieder zurück und auf jeden fall haben wir jetzt auch genügend ruf nenn ich es mal um eben auch quarts ton und so weiter zu bauen im endeffekt eine moschee obdach gewähren und es kommt noch mal bettler die nehmen wir natürlich wieder auf fällt mir jetzt direkt ein stein vom herzen ich kann das halt nicht gut ich kann keine meine die leute kommen hier an und suchen schutz ich kann den doch nicht sagen hau ab jetzt mal ganz im ernst kann man doch nicht machen oder verdammt verdammt seist du ich habe nicht genug platz gelassen naja hey warum wieder das nicht machen na gut machen wir es so und reißen ein stück vom weg wieder ab ach bescheiden wenn ihr seht die hätte ich hinterher bauen müssen wie habe ich das denn hier unten gemacht einen noch daneben äh äh falte insel moment haben wir so ja machen wir noch mal kurz anders machen wir es halt so einmal indigo und zweimal indigo und hier können wir es jetzt glaube ich richtig machen dann ich glaube das muss so nein nein ich habe nicht so früh angefangen so die pest ist bei ihrem nachbarn vorüber als ob das nicht unser wenigstes problem wäre ah im sandsturm ja logisch kann ich gerade natürlich nichts bauen so das war perfekt ein talent und einer ihrer betriebe stellt keine waren mehr her ich weiß das macht aber nichts das heißt nur dass wir eine gerade eine überproduktion haben und die schadet am anfang natürlich nicht wirklich eine andere betriebe stellt keine waren mehr her wir müssen einfach auch noch mehr brot wieder produzieren und anscheinend brauchen wir die hier gar nicht der sandsturm ist gottlob vorüber belassen wir es erstmal dabei so der sandsturm ist also vorbei endlich können wir dann hier holz kann ich dem sultan von eurem erfolgt Allah segne euch für eure zuverlässigkeit so wie lebenswürdig von dir meine sympathie für euch ist gerade noch größer geworden ja wie schön ach man das ist ein ach widerlicher typ ist einfach oder ich finde es ein richtig widerlicher typ so wir brauchen steine toll toll aber gut wir sind ja da wir können einfach nochmal ein paar rostoffe mitbringen gut hier haben wir milch bekommen brauchen wir die nein also können wir sie erstmal nicht mehr verkaufen ein gutes geschäft aber immer doch und jetzt ja da ist die seite abgemacht so tada morgen ist eine zeitmedaille zehn stunden gespielt die folge ist auch schon wieder vorbei liebe leute ich jo bedanke mich fürs zusehen und wir sehen uns beim nächsten mal wieder wenn wir uns hier um die buchproduktion kümmern und um teppiche und dann endlich mal ein bisschen weiter vorankommen tut mal leid das ist alles ein bisschen länger dauert aber es ist halt entspanntes let's play und jetzt nicht irgendwie wenn ich jetzt alleine spielen würde wäre ich mit sicherheit weiter ich glaube übrigens eine holzproduktion reicht dafür sogar aber ist egal pass mal auf das machen wir eben noch dafür brauchen wir ja glas 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 jan hunter kennt er ne ist fußballer euer ruf eilt euch voraus hier kaufen wir mal eben glas wie kann ich helfen wie kann ich helfen ja im moment nicht wirklich ich brauche nur glas ah schön dass ihr da seid hier haben wir noch nicht freigeschaltet er würde es nämlich für günstiger verkaufen gerade habe ich an dich gedacht das ist nett danke Mensch ist sie freundlich wie kann ich euch zu diensten sein gar nicht halt deine schnauze junge agro okay kein anderer verkauf glas macht nichts alles klar dann leute sehen wir uns beim nächsten mal wieder vielen dank fürs zu sehen und gehabt euch wohl möge der herr mit euch sein